Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am Freitag, der 19. Mai 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 121. Und ich, Martin Pogipsi-Rechtsteiner, habe die folgenden Themen mit für euch. Der Tagtraum geht weiter. Kickstarter, WhatsApp, Barrierenfreiheit, Smart TV, I.O., AR und VR, I.O. in 10 Minuten, Datenzentren in Afrika, Scam und Telefon-API. Beginnen wir doch gleich mal bei Samsung. Oder Google, besser gesagt. Denn der Tagtraum, wie schon gesagt, geht weiter. Daydream, das ist ja die Google-eigene Lösung für virtuell angereicherte Realität. Das kommt langsam vielleicht doch ins Laufen. Zumindest an der MWC haben wir ja festgestellt dieses Jahr, dass das Ganze doch nicht ganz so läuft, weil sehr wenig Telefone da Unterstützung bieten. Jetzt ist bekannt geworden, dass das Samsung Galaxy S8 zum Beispiel ab dem Sommer auch die Möglichkeit bekommt. Da ist nur noch ein Software-Update nötig. Da wäre ja die Hoffnung, dass das bei anderen Geräten auch der Fall wäre, wenn sie dann wollten. Mal schauen, wie lange da noch geträumt wird. Kickstarter, eine Plattform, die mich immer wieder viel Geld kostet, ist jetzt auch in Japan angekommen. Das ist für euch vielleicht nicht so relevant, zumindest jetzt gerade nicht, weil die meisten von euch wahrscheinlich nicht da drüben wohnen. Aber man weiß ja von den Japanern, dass die ganz, ganz verrückte und coole Ideen haben, auch was Gadgets anbelangt. Und somit könnten wir bald das eine oder andere witzige Gadget aus Japan da sehen, was es nicht schon irgendwie sonst über Umwege nach Kickstarter oder Indiegogo geschafft hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommen will. Bei WhatsApp. Damals, als die Übernahme von Facebook stattfand, wurde ein bisschen geflunkert anscheinend. Und deshalb, ja, durfte WhatsApp oder Facebook besser gesagt 110 Millionen Euro Strafe an die EU bezahlen. Das ist vor allem deshalb ein bisschen höher ausgefallen, weil die EU damit ein kleines Exempel statuieren möchte, dass Firmen bei solchen Übernahmen eben nicht einfach bescheissen und Dinge angeben, die halt nicht ganz so sind. Marketing, Werbung, das hat Apple im Griff. Wie keine andere Firma. Das geht aktuell auch weiter, nachdem sie ja die coolen kleinen Kurzvideos gemacht haben mit wie filmt man am besten oder wie fotografiert man am besten mit dem iPhone 7 und 7 Plus. Gehen sie jetzt voll auf die Schiene des Bedienkonzeptes im Bereich Barrierenfreiheit. Also damit auch blinde oder sonst eingeschränkte Personen Möglichkeit haben, einen Computer zu bedienen. Da ist ja Apple schon seit Jahren fleissig dran, auch bei den iPhones etc. Und den Bereich wollen sie noch mehr ausbauen. Und das Ganze wurde jetzt ein bisschen in Interviews aufgeteilt. Wir haben es euch verlinkt auf daily.geektalk.ch, falls ihr die Interviews noch nicht gesehen habt. Wie gesagt, sicherlich ein bisschen Marketing dahinter, aber wenn man Apple verfolgt, schon seit Jahren, weiss man, dass sie auch wirklich etwas dafür tun. Und das ist ja auch gut so. Dann, ja, diese Google-Io, die lässt mich diese Woche nicht los. Die 33-Grad-Videos sollen bald auch auf ein Smart-TV kommen, sofern dieser ein Update bei euch bekommt und oder ihr euch einen neuen zulegt. Solche Möglichkeiten sollten nächstens auch für euren Smart-Fernseher kommen. Auch soll bald möglich sein, dass man VR, also Dinge, die man über Daydream sieht auf der Brille, an Fernsehen streamen kann mit einem Google Cast, was es dazu dann benötigt. Und das klingt dann schon wieder interessanter für so ein paar kleine Videoprojekte. Ich könnte mir da direkt was vorstellen. Microsoft ist die erste grössere Firma, die in Richtung Afrika expandiert. Expandiert heisst, sie bauen da unten zwei grosse Datenzentren auf. Das ziemlich im Süden, sprich Johannesburg und nochmals irgendwas da ganz unten. Kapstadt, genau das war's. Und da bauen sie die ersten beiden Zentren auf. Somit könnte da einiges passieren in nächster Zeit. Denn ja, Internet braucht man überall und Afrika kann das sicherlich auch gut gebrauchen. Eigene Cloud-Dienste, die im eigenen Land sind oder auf dem eigenen Kontinent, ist sicherlich auch nicht die falsche Geschichte. Schnelle Anbindungen und solche Themen, was da alles mit einfließt. Support-Scam. Ich kenne es zum Glück nicht, aber habe schon vieles gehört und gelesen. Es gibt ja die lustigen Leute, die anrufen und sagen, ja, hier, Microsoft, Sie haben ein Problem mit Ihrem Rechner. Installieren Sie doch mal diese App, die wir da Ihnen bereithalten. Und dann habt ihr Müll auf eurem Rechner, der euch nicht so gut tut. Gut, die werden das ein bisschen besser formulieren und verkaufen als ich jetzt gerade. Aber anscheinend funktioniert das ziemlich heftig und eben auch gut und fleissig. Und da hat Microsoft ein paar Zahlen fallen lassen dazu. Was es da genau geht, das könnt ihr bei uns verlinkt nachlesen. Ist ein Artikel von WinFuture. Dann sind wir nochmals bei Microsoft und Windows 10. Und das ist mein letztes Thema für heute. Genauer gesagt, mein letztes Thema für diese Woche. Ich bin wieder traurig wie gestern, obwohl ich jetzt lache. Aber ja, Microsoft entfernt die Telefon-APIs aus Windows 10. Es wurde schon angekündigt, dass das Fall-Update, was im Herbst kommen mag, nicht für die Smartphones ausgerollt werden wird. Und auch der Tenor, dass quasi Android und iOS aktuell im Fokus liegen, weil da halt einfach die Masse ist. Und vor kurzem habe ich ja auch schon mitgeteilt, dass der Joe Bella Fiore meinte, das sei nicht ganz so. Aber jetzt schaut es doch ein bisschen anders aus. Ich meine, wenn die Schnittstellen fehlen, dann kann man auch nicht, sagen wir jetzt irgendwie ein Convertible oder so, mit einer mobilen SIM-Karte ausstatten, weil das funktioniert dann halt einfach nicht. Sehr, sehr traurig, unschön. Ich hoffe, da ist ein Fehler passiert. Ich glaube ja immer noch an dieses Windows-Phone. Aber ja, Hoffnung stirbt zuletzt. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch diese Woche wieder mal gut unterhalten. Nächste Woche haben wir wieder jemand anderes für euch. Wer ist dran? Der Achim, glaube ich. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Ansonsten Sonntagabend geht ein Tweet raus. Da steht es dann drin, wer das für euch verantwortlich ist. Und ja, ich bin dann mal ein paar Tage weg. Sprich, in Richtung Barcelona. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag. Genießt diesen letzten Arbeitstag noch und dann danach das Wochenende. Das Wetter soll ja wieder besser werden. Oder war das jetzt nur in Barcelon? Ich weiss nicht. Euch einen schönen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. 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 Hört mehr Geek Talk.